so hallo willkommen zurück bei ARK ja ich bin aus irgendeinem grund musste ich wieder neu spawnen und deswegen bin ich wohl irgendwie gestorben da liege ich noch rum habe keine ahnung wieso aber irgendwo ist das wohl noch nicht so ganz angepasst glaube ich jedenfalls waren wir damit dran hier halt unsere neue hütte hin zu bauen das machen wir dann auch mal ja wie man vielleicht hören kann habe ich meinen sound dann angepasst er ist es wieder besser also nicht mit diesem blöden hall da drin wo ich bis heute immer noch nicht verstehe wo er überhaupt her kommt ich hab da zwar noch mal was umgestellt aber so großartig viel habe ich jetzt nicht geändert und trotzdem die sind besser geworden you are hot ja ich weiß ich bin ja schon dabei ja fiber haufenweise fiber und dieses komische holzzeug dieses tatsch heiße glaube ich hier steinchen genau mitnehmen oder ganze grün zeug das ganz wichtig da braucht man nämlich massig für wenn man die verbauen will wobei ich habe jetzt auch diese holzdinger die bauen kann aber da waren glaube ich dach und keine ahnung was noch naja gucken wir mal hier ein stück baum nehmen wir dann auch noch mal wahrscheinlich hat es auch daran gelegen dass ich den spiel sound ein stückchen zu leise hatte das hat dann da nicht mit klarkamen oder sort ich weiß ja nicht hundertprozentig aber jetzt ist jetzt auf jeden fall besser keine ahnung solange es gut ist sind ja okay erstmal hier alles abholzen ja die dinger bringen gut fiber hier die bambusteile wer es hat denn zwei stück ihr werdet euch wohl nicht hier nicht paaren oder so ja super legt mir doch so einen haufen scheiße dahin man 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 kann sich woanders hinkacken kacken ja fast am nest dumm batz so kann ich schon irgendwann bauen ich brauche eine axt wenn wir schon dabei sind ich brauche auch direkt eine mütze halt die schnauze also jetzt noch mal dahin geschissen oder was oder hast du gerülpst du dich hat er wieder dahin geschissen sag mal was war das scheiße hier eigentlich von meiner hütte hier rum habt das auch noch alle oder was unglaublich ey zu mir ja ich weiß dass mir heiß ist da brauchst du mir sagen da hat das schon wieder geschissen sag mal äh geht es euch noch ganz gut mir von der hütte rum zu kacken ich glaube hackt ey ja brauchst du gar nicht so blöd zu gucken so ich packe hier mal was rein ne brauche ich gar nicht ich muss einfach mal hier äh was hinbauen ich hatte glaube ich gedacht dass ich den boden noch ein stück größer mache was also heißt dass ich äh ich brauch kein Türschild ich brauch hier äh foundation also kann ich da noch eine von bauen so wenig auf jeden Fall brauch ich noch mal was zum anziehen so hier so Hose oder Füße habe ich noch nicht einen Boden habe ich den können wir ja auch schon mal ähm das hat null ich wollte da dran klatschen irgendwo ähm hier was er mal machen würde macht er nicht hm wieso macht er das nicht hallo so close to an enemy so close to an enemy so close to an enemy wie ist das denn so close to an enemy so kann ich da dinge nicht hinsetzen kann ich da nirgendwo hinsetzen kann ich da nirgendwo hinsetzen aaaaaaah ach die wollen mich doch alle verarschen hier ey unglaublich ich kann da nirgendwo hinsetzen warum nicht wollen die mich verarschen meine Fresse was soll das ja da muss ich doch nochmal ein paar Wände bauen würde ich sagen geben wir erstmal einen äh Haufen Holz hier hacken dann bringt ja alles nix na toll da muss ich auch noch extra die Hand wieder umtauschen kommen hier ein paar Steinchen brauche ich auch ein paar von so hier nimm mal die Steine auf ja Stein also musste er sich erst nochmal überlegen ja hallo nimmst du den Stein ist auch mit oder äh äh richtig ey naja so hier den Stein nehmen wir auch noch mit ranz ja baum bei dem Zeug brauche ich eh ne ganze menge von daher ähm ist das gar nicht so schlimm ist das gar nicht so schlimm ist das gar nicht so schlimm ich brauch auch mal was für die Füße ich hab hier irgendwo ein paar Dodos rumlaufen sehen muss man da auch mal nachgucken naja super so dann reparieren wir den Kack mal ja hallo muss schon die Axt nehmen ey ja 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 ich hacke alle Bäume weg ich hacke alle Bäume weg ich hacke alle Bäume weg brauch doch keine Sau das ist eigentlich meine Hütte geblieben ach da steht die ok ja ja aber dieses komische Krokodil sieht so aus als wenn er weg ist soll ich dir erstmal nen Dodo den killen wir erstmal komm her das ist aber ähm doch ein wenig zu laut glaube ich ich werde da mal ein bisschen runter regeln die ist dann doch ein wenig zu laut so und du auch weg da und diesen Baum nehmen wir auch noch mit und diesen Baum nehmen wir auch noch mit und dann noch ein wenig Fiber Fiber hier Fiber da so hier äh da ist auch noch was nehmen wir auch noch mit hier da pflücken wir auch noch weg dann haben wir das und dieses auch noch so was hat denn hier hat da wieder einer hingeschissen ihr sollt doch nicht vor meine Hütte scheißen das habe ich euch doch schon mal gesagt echt unglaublich hier wird ja wieder dunkel muss erstmal wieder nach hause finden ähm komm ich dann nochmal hoch hier rum ähm komm ich dann nochmal hoch hier rum Wasser brauche ich muss mal eben zu meiner alten Wasserstelle weil da habe ich nämlich so ein schönes Rohr angebracht womit man dann schön äh Wasser trinken kann hier so hä ähm wieso macht highlight jetzt nicht mehr hä hä ja warum ist das Ding denn nicht aktiv das gibt's doch gar nicht äh kann ich mir denn so einen Wasserbeutel bauen weil ich habe ja gerade so einen Viech gekillt müsste ich ja eigentlich so ein Ding machen können ja wo ist es denn wo ist es denn wo ist es denn wo ist es denn Engelmörter und Pastel ne da brauche ich nicht Mörser und Dingens äh hier Water Skin ja toll da brauche ich noch vier Hyde für achso ja genau ich habe den Dodo ja noch gar nicht gekillt kein Hyde kein Hyde ach scheiße ich werde schon wieder verrecken weil ich nichts zu Dings habe aber hier ich kann doch äh fressen da bringt man ja auch ein bisschen Wasser so sieht man auch weg dabei da haben wir erstmal wieder ein bisschen was ähm dann muss ich sehen dass ich ein paar Dodos kille oder so weil ich brauche Wasser und ich weiß auch nicht ob ich die Typen hier so einfach mal so killen kann naja das sieht bestimmt auch wieder schwierig so was haben wir hier noch hier habe sogar ein paar Seeds gefunden hier standing torch könnte ich eigentlich auch mal bauen aber was noch wichtiger ist ich brauche Wände so ein paar ruf brauche ich noch nicht dann brauche ich noch hier so eine Tür brauche ich noch und ich brauche noch hier diese dieses ähm zwischenwand wo die Tür reinkommt was das Ding denn hä ah hier door frame door frame so das mal hier die Wände dahin door frame dahin standing torch tun wir auch mal äh dahin ähm dann muss ich mal eben zurück gehen und setzen wir die torch da mal hin äh wo ist das Ding denn da 5 so wie mach man die an hey hey as wood or touch the light of fires mhm komm hier packen wir mal 5 holes rein machen wir das mal an dann haben wir zumindest schon mal ein wenig feuer so jetzt haben wir hier noch ein paar Wände ich würde sagen Eingang machen wir hier sehe überhaupt nichts auch sehr toll natürlich nur snap point äh hä äh äh ist das denn jetzt habe ich jetzt alles für nichts gebaut junge 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 also so langsam werde ich auch noch bekloppt hier was ist denn mit dem dorf reden kann ich ihnen da hinsetzen und da geht dann auch wieder nicht kann playstation to frame no snap point ja will ich doch verarschen verstehe ich nicht naja muss ich nicht verstehen naja ich packe jetzt mal alles so weit in die kiste rein alles was so wichtig ist hat man hat so brauche kann man ja nie wissen ja steinchen mein boden mein futter stimmen wäre hier ist noch mal touch packen wir mal so dahin erstes alles zum futtern hier können wir alle mal da so unten reinpacken dann haben wir das hier frei war auch ganz wichtig und dann ist gut